Es ist ein wahrgewordener Albtraum für Höhlenforscher Johann Westhauser, schwer verletzt am Kopf in 1000 Metern Tiefe in der Riesendingschachthöhle bei Berchtesgaden. Hier ist es stockdunkel ohne künstliches Licht und eiskalt, weiß Höhlenforscher Ingo Dorsten aus Breitscheid. Man muss sich vorstellen, dass gerade in alpinen Höhlen eine Durchschnittstemperatur von circa 1,5 bis 4 Grad herrscht. Und das ist in erster Linie ein Problem, wenn es darum geht, den Wärmehaushalt eines Verletzten zu erhalten. Das heißt, der erste Anspruch der Versorgung ist, die Unterkühlung zu verhindern. Johann Westhauser ist gefangen. Hunderte von Metern tief im Innern von Deutschlands größter Höhle. Hier war er mit zwei anderen Forschern von einem Steinschlag überrascht und von einem Brocken am Kopf getroffen worden. Ein Kamerad steigt daraufhin aus der Höhle, um Hilfe zu holen. Seitdem ist es ein Wettlauf gegen die Zeit. Gefangen tief im Innern der Höhle. Ingo Dorsten kennt das Gefühl. Sein Freund und Kollege Bodo Martin erlebt 2009 eine ähnliche Situation. Klemmt stundenlang fest im Höhlensystem des Westerwaldes. Es ging dann relativ schnell auch bei mir der Adrenalinspiegel hoch. Es war ein kleines Loch. Durch dieses kleine Loch konnte man sich mit ihm unterhalten. Man konnte von ihm auch eigentlich nichts mehr sehen, außer die Füße und die Beine. Das A und O bei diesem Albtraum. Die Kommunikation mit dem Verletzten. Nur so baut er nicht ab. Wir haben damals als erstes gesehen, dass wir den Unfallort genau inspizieren, um abzuschätzen, ob noch weitere Gefahren existieren, die ihn eventuell noch stärker bedrohen. Das war nicht der Fall. Und es ging dann letztendlich darüber hinaus, dass wir den Patienten beruhigen, dass wir unseren Kollegen zusprechen, dass wir ihm über die Maßnahmen, die jetzt stattfinden, auf dem Laufenden halten. Das ist ganz wichtig, dass der Patient nicht das Gefühl bekommt, er ist alleine. Nach langen neun Stunden zwischen Hopfen und Bangen war Bodo Martin damals befreit. Auf diese Erlösung wartet Johann Westhauser noch. Seit Sonntagnacht sitzt er fest. Westhauser ist ein erfahrener Höhlenforscher. Experten wie er kommen zu wissenschaftlichen Zwecken zum Einsatz. Jetzt wartet er auf Hilfe. Das Problem ist in der Regel, Ärzte in Höhlen reinzubekommen. Insbesondere dann, wenn es so tiefe Systeme sind wie diese Schachthöhle am Untersberg. Der Zustand von Johann Westhauser inzwischen stabil. Doch schon jetzt ist eins klar. Die Rettung wird eine Zerreißprobe für ihn werden, aufgrund seiner Kopfverletzungen. Denn es gibt eine Engstelle, die nur passierbar ist, wenn man den Kopf schräg legt und den Bauch einzieht. Ingo Dorsten hofft jetzt, dass diese waghalsige Rettungsaktion genauso gelingt wie die seines Freundes. Und der Albtraum in der Riesending-Schachthöhle bald vorbei ist. Untertitelung des ZDF für funk, 2017